Willkommen zurück zu meinem Let's Play Stellaris mit den Klacksnacksprax. Ein wundervolles Volk. Wir werden unseren Konstrukteur darüber schicken und eine Mining Station bauen. Wir brauchen Energie, die geht uns gleich aus hier. Danach soll er gleich da rüber gehen und dort auch gleich meinen. Oder Anomalie gefunden. Hey, eine Anomalie. Aber 30% Failure Risk ist sehr, sehr hoch. Ah, hmm. 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 Level 2. Und wir sind auch erst Level 2. Na. Was ist dabei noch? Situation Log Updated. Das klingt sehr gut. Das klingt sehr gut. Interessant. Wait for a Stellar Empire. Okay. Äh. Warte mal, warte mal, warte mal. Hmm. Wie war das? Ah, da können wir Dings drauf tun. Hmm. Forschung drauf tun. Was forscht denn der Typ gerade, der das forscht? Propaganda Broadcast. Hmm. Propaganda Broadcast. Manfred Influence plus eins. Gar nicht so schlecht. Na, na. Das machen wir zuerst fertig. 35 Monate. Und dann kümmern wir uns um das. So. Und du, wenn du mit dem fertig bist, gehst du zuerst da rüber. System Survey complete. Okay. Na gut. Dann werden wir jetzt in unserer näheren Umgebung weitermachen. Hm. Achso. Vielleicht sollten wir uns mal die. Karte anschauen. Wir sind da an einem äußeren. An einem äußeren Dings. Hm. Gehen wir ganz nach außen. In Orep haben wir da jemanden entdeckt. So. Dann haben wir Kaul. Oder wie auch immer. Kaori. Und dann. Hm. 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 Machen wir mal bis da her. Und dann schauen wir weiter. So. Und in der Zwischenzeit. Bleiben wir hier. Und lassen das Schippernakel, wenn es fertig ist. Daher fliegen. Um. Hm. Hei. Schiller. So. So. System. Anomaly. Hm. Da kann man jetzt auch nichts machen. Vielleicht finden wir noch besser. Anomalyen. Ja. So. Und anach. Und anach, ta rüber. Wobei ich noch. Ich habe etwas, was es sieht aus. Gut, 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 gut. Ach ja, und unsere Heimatwelt sollten wir uns vielleicht auch mal anschauen, weil durch das, dass wir so schnell wachsen, sollte es eigentlich so sein, warte, jetzt mal Pause, 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 schnelles Wachstum, du gehst da rüber und dafür brauchen wir da ein Mineral Silo, nein, ein Mining Network, nein, da. Umbeamining Network. Umbeamining Network. Naja, okay, das war jetzt nicht so aufregend, er nimmt drei, aber ein Habitable Planet, das heißt, wir haben bei den Habitable Planet Surveys schon zwei. Yes! Und das Construction Ship. Hm, 22% ist aber auch recht viel. Hm. Na, lassen wir das noch. So, dann haben wir die beiden. Und dann kann das Construction Ship eigentlich als nächstes wieder nach Antrek fliegen. Construction complete. Oh. Okay, gut. Hey, du bist besser geworden. Hast nur Whitecraft behalten, ist okay. Was ist mit dir? Du hast auch nichts zugekriegt, okay. Und du bist auch nicht besser geworden. Nur ein Punkt, aber das bringt immerhin plus zwei Prozent. So, dann haben wir hier irgendwas fertig gebaut. Ähm, ihr seht's, ich kenne mich so schlecht aus, dass ich mir ständig alles anschauen muss. Was haben wir da? Ah ja, Surfvester, wenn wir irgendwas fertig gebaut haben. Sehr gut. Mehr von diesem Zeug. Dann werden wir dicht da runter tun. Und da werden wir, wem geht, eine hydroponische Farm hinbauen. Sobald wir die Kristalle dafür haben. Also jetzt. Mhm. Construction complete. Okay. Gut. Let's go, Construction Ship. So, dann machen wir da, hier gehen. Und dann machen wir die Research Station, als nächstes. Was ist mit der Enterprise? Wir werden das hier schon. System survey complete. Mhm. Hm. Na ja. Auch nicht großartig. Eine Anomalie. Und ein Dings. Na ja. Zwei Dings. Gibt Schlimmeres. So. Oh, meine Research Station. Okay. Okay. Das wird noch nicht ge... ...Dingsst, weil der Typ noch nicht da ist. Aber bald, aber bald, aber bald, aber bald. Hm. Hm. Hm, 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 hm. 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 Mit der Station, die wir hier bauen, sollten wir eigentlich in der Nähe sein. Warte mal, das könnten wir eigentlich auch. Eine Anomalie. Nur noch 15 Prozent. Ja, researchen wir das 15 Prozent. Ist ja nicht so schlimm, oder? Sollte gut sein, oder? So, jetzt haben wir 566. Gut, wir haben da alles und da alles. Aber das ist außerhalb unseres Bereichs. Das da wäre noch drinnen. Das heißt Construction Ship, fliege mal da rüber. Moven wir hier. Und das da. Was da passiert, wenn wir das erforschen. Okay, was ist das? D9-472 ist partially hollow. Na, schauen. Ein Teilweise. Ein Lochgott quasi. Within its interior spaces sprawls a dense honeycomb structure crafted of some unknown alloy, housing containers of alien genetic material. By all appearances, this is an archive of life. Das ist ja cool. The genetic record of some earlier civilization come and gone. Most of the DNA is hopelessly degraded, but there is still much to learn here. Fascinating. Wow, Wahnsinn. Das ist ein großes, ein großartiges Ding für eine Forschungsstation. Sehr gut, sehr gut. Hast du gut gemacht, mein Forscher. Können wir da irgendwas bauen? Nein, nicht innerhalb unserer Grenzen. Wir könnten natürlich hier eine Station bauen. Research complete. Yay, wir sind mit einer Research fertig. Dann machen wir eine New Research. Oder? Wäre doch irgendwie gelacht, wenn wir das nicht machen würden. Colonial Centralization. Monthly Influence plus 1. Production Targets. Planetary Capital. Was kann ein Planetary Capital? Das kostet ja Unmengen, aber es produziert... Etch. Oh, und das macht die Sachen viel besser in der Umgebung. Das ist ja urkohl. Aber es kostet ziemlich viel. Genome Mapping. Xeno Zoo. Was wird das haben? Macht die Happiness besser und produces zwei Sachen. As a sign of mastery of the unknown, we have gathered alien creatures from all across the galaxy. Machen wir jetzt zuerst die billigen Sachen. Hydroponics Farm 2 zum Beispiel. Klingt einmal ganz gut. Und Farming Subsidies. Und das... Ah, das ist eine Dick, das wir gründen können. Hm. Oder Growth Time minus 10%. Hm. Auch nicht schlecht. Genome Mapping. Machen wir Genome Mapping. Ah, ja. Außerdem, wir werden den jungen Mann hier oder die junge Frau hier zunächst einmal da einsetzen. Bevor wir hier was anderes machen. Wir haben das mit den anderen Forschungen aus. Ah, das ist auch schon fast fertig. Sehr gut. Exoskelette. Gut, gehen wir mal zum Heimatplaneten. Nachdem wir ja jetzt... Nachdem wir ja jetzt relativ viel Knete haben. Wo wir einen Upgrade machen? Nö, natürlich nicht. Space Board Surface. Könnten wir in der Zwischenzeit diese Dinger da klären. Und das klären wir auch. Hm. Mal die zwei. Die Forschungssachen lassen wir noch, oder? Hm. Ja. Mal die Forschungssachen auch weg. Ja. Wollen wir uns mal den Planeten frei. Vor allem das ist... Das mit dem zwei hier ist besser als das hier. Ist mir schon schön, wenn wir das hätten. Auch das da ist besser eigentlich als diese hier. Das heißt, eigentlich ist das sinnvoll, wenn wir das machen. Und wir haben zur Zeit genügend Kohle. Und wir produzieren auch relativ gut. Dass sich das fast auszahlt. Und die sind jetzt... Die kriegen wir jetzt noch nicht in unser Reich rein. Und das da... Haben wir noch nicht erforscht. Das haben wir sehr klug gemacht. Hätten wir jetzt erst das machen sollen. Naja, was soll's. Kann man nichts machen. Wie lange dauert denn das? Acht Monate. Hey, nochmal Research fertig. Ich hätte ganz gern, dass du mir da immer stoppst, wenn du ein Research hast. Kann man das einstellen? Nein. So. Wir können jetzt... Wir haben jetzt das Exoskelett. Das ist aber cool. Whenever we finish researching a technology, up to four new options will be generated. Na gut. Oh. Warte mal. Der hier könnte das erforschen. Dann. Das ist gut. Das heißt, wir werden mit dem da jetzt irgendwas von denen da machen. Nuklear Missiles. Oder Gemotermal Fracking. Mirals Mining Network. Ja klar. Wie schön, wenn wir den da... Na, vielleicht können wir die austauschen. Kann man das machen? Jetzt kann man den nicht noch lassen, weil das wollen wir sowieso noch machen. Aber wenn wir die nächste Runde noch immer haben, können wir die vielleicht austauschen. plus neun, plus vier, plus vier, hm. Dann kann der das erforschen, nämlich. Beziehungsweise, wenn wir eh so viele Leaders haben, vielleicht könnten wir noch einen Recruiten. Wie viele dürfen wir haben? Elf. Das ist echt viel. Ich kann mich erinnern, das letzte Mal habe ich viel weniger gehabt. Recruiten wir dann noch einen Scientist vielleicht. Mit etwas Glück ist das ein cooler Scientist, den wir da kriegen werden. So einen haben wir schon. Adaptable. Hm, mehr Experience Gains. So einen haben wir auch schon. Na ja, das wird jetzt nicht so. Na ja, okay. Wir werden keinen Recruiten. Und Governor. Ach ja, stimmt. Wie ist denn eigentlich unsere, was kannten eigentlich unsere, unsere Chefe? Er ist Explorer. Das heißt, wir bauen schneller Science Ships und resilient. Das heißt, er lebt länger. Na ja, so großartig ist das jetzt nicht. Hm. Nein, eine Emergency Election wollen wir nicht machen. Budget, Demographics. Hm. Gibt es nicht irgendwo etwas, das sich diese Edikte nennt? Genau. Information Quarantine. FX Diversions minus 10 Prozent. Research Speed minus 5 Prozent. Das ist ja schrecklich. Encourage free thought. Hm. Das würde die Research Speed erhöhen. Und die FX Divergence plus 15 machen. Was macht die FX Divergence, frage ich mich gerade. Ist das irgendwie, das muss irgendwas mit der Unzufriedenheit der Leute zu tun haben. Oder so. Hm. Da können wir auch Edikte machen. Re-Education. Minus 10 Prozent. FX Divergence. Propaganda Broadcast. Hm. Infrastructure Projects. Das wäre klug gewesen, nochmal vorher zu machen. Spirit of Science. Das klingt gut. Das kostet mich 150 von den Punkten. Und das macht mein Output größer. Aber nur auf dem Planeten wahrscheinlich. Und auf dem Planeten habe ich zur Zeit noch kein Output davon. So gesehen macht das doch keinen Sinn. Ähm. Was ist FX? Was ist FX Divergence? Ich weiß das überhaupt nicht. Gibt es da irgendwo eine Anleitung, wo ich nachschauen kann? Was heißt das? Was heißt das? Hilfe! Gibt es hier irgendwo ein... Warte mal. Escape? Hm. Vision? Nein. 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 Resume. Wo kommt das überhaupt vor? Contacts. Factions. Nein. Wir haben noch keine Factions. Strategische Ressourcen. Wir haben noch keine Strategische Ressourcen. Species. Wir haben noch keine Neurons. Policies und Addicts. Ah ja. Das hatten wir schon. Unrestricted Wars. Slavery prohibited. Purge prohibited. Orbital Bombardment limited. Primary Spaces only. Expansion Planner. Ja, dazu bräuchten wir Kolonieschiffe. Aber ich kann auch keine Kolonieschiffe bauen. Ship Designer kann schon Kolonieschiffe bauen. Construction Ship. Defense Plattform. Hey, ich kann eine Defense Plattform. Aber kein Kolonieschiff. Hm. Das ist schlecht. Erforschen wir sowas in die Richtung? Wo könnten wir das erforschen? Frage ich mich gerade. Naja. Äh, ja. Machen wir einfach weiter. Keine Edikte. System Survey complete. Was sind wir da eigentlich? Ah, du bist erst im Fangchor fertig. So. Hm. Hm. Ich glaube nur noch ein Lubok ist besser geworden. Gibt es ja auch irgendwas Sinnvolles, was du findest, oder? Bist du einfach nur gemeint zu mir. Los, find irgendwas Gescheites. Ah, ja. Null Research. Synchronized Defense. Survey Speed. Ah, das ist glaube ich das, was wir unten gehabt hätten. Das ist ganz okay, weil da kriegen wir einen Bonus. Unlocks Component, Gravitic Sensors. Äh, unsere Erforschung wird schneller. Na, das ist gar nicht so schlecht. Und was kann ein Gravitic Sensor? So, diese Sensor haben sich verabschiedet, um zu schauen, ob irgendwelche Gravitational-Schänder in der Welt, wie die, die von der Presence eines Starships produziert werden. Okay. Na gut, ja. Soll sein. Ha, plus 19% bereits. Bist du wahnsinnig, wir sind gut. Ha, die plus 5% haben es voll gebracht. Ha, 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 ha. Wir sind so spitze, wir sind so spitze. Ah, wir investigieren aber noch immer den Alpha Menace. Gut, findest du in Kaori irgendetwas Sinnvolles zum Abbauen? Und das ist dieses Schiepernakel ziemlich sehnlos. The space-borne lifeforms, which the Klaknak-Praki, Head of Society Research, has come to refer to as Tiyanki, are docile creatures. Capable of accessing some lower dimension of subspace, they roam from system to system with remarkable ease. They graze on gases common to the upper layers of many gas giants. It is highly unlikely, to say the least, that this is their only food source, but intake of other nutrients has yet to be observed. Hm, they will rarely, if ever, attack, even when provoked. Das ist gut, dass wir die gefunden haben. Da gibt es andere Formen von so seltsamen Lebensformen, die einen ständig angreifen. They can safely be ignored. Hm, hunting them would be a net loss anyway. Tag research option gained. Frequency tuning. Tag progress gained. Okay. Oh, nein, das wollte ich. Das war's. Mehr haben wir dann nicht gefunden. Ärgerlich. Wir haben in diesem blöden System bis jetzt noch nichts gefunden. Oh, eine Anomalie. Ah, researchen wir es. Was soll's. Was soll schon passieren? 22% Failure Rating. Im schlimmsten Fall wird das Schiff zerstört. Nein! Nicht das Schiff zerstören! So, apropos. Wir gehen da her. Surface. Yes. Hurra. Nein, du gehst nicht da her. Du gehst da her. Du gehst da her. Mal eine andere Partie. Interesting. Situation log updated. Na imaheen. Wekernens. Upborn. Scientist ist present. Oh. System survey complete. Stop, warte mal. Du, da gibt es noch ein paar andere Sachen, die wir uns anschauen könnten. Da hier gibt es noch das hier. Machst du das jetzt oder nicht? Geht es erst einmal da her. Jetzt hast du nur noch 15% Chance, dass du es nicht schaffst. Und das Gebiet haben wir jetzt eh vollständig erforscht. Machst du das jetzt oder nicht? Konstruktion complete. Juhu. Sehr gut. Konstruktion Ship. Wir werden da einen Außenposten machen. Oder? Also Energie wäre irgendwie cool wenn wir kriegen würden irgendwo. Das ist eine ziemlich grausame Sache. Keine Energie. Ja. Hier werden wir einen Powerbrand. An micro-singularität. Recently intersected ferriton 2a passing straight through the core and emerging on the other side of the moon. The encounter does not seem to have caused any permanent damage, but it has altered the energy output of the planetary core slightly in a way that defies our current scientific models. Further study may be warranted. Faszinierend. Faszinierend. Okay. So warte mal. Das heißt. Wow. Was heißt Pirate Fleet? Okay. Ja. The birth of space Piracy. Ah. Fürchterlich. Certain irrational and criminal elements. Ja. Irrational and criminal. Irrational and criminal. An dieser Stelle werden wir glaube ich aufhören, denn ich habe jetzt Angst gekriegt. Wir sehen uns das nächste Mal weiter. Ja. Oh. Civilian shipping lanes are now being raided by the improvised staff fleet, which identifies itself only as the bleeding cause says. A prompt response is needed. Ja. Das denke ich auch. Wo sind die? Hm. 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 Was haben wir für eine Stärke? 128. Das ist schwächer als das. Das heißt wir bauen da noch zwei Korvetten. Oder drei. Und holen uns einen General in der Zwischenzeit. Hm. Oder einen Admiral eher. Was kannst du? Fleet Logistics ship abkippt minus zehn Prozent. Klingt gut. Was kann der? Fire rate plus acht Prozent. Das klingt besser. Was kann der? Ja. Das gleiche. Ah. Rekrutieren. So. Herrschaften. Wie schon gesagt. Wir machen jetzt einmal. Ähm. Tschüssi. Küssi. Eine schöne gute Nacht. Und. Äh. Viel Spaß. Bis dann. Ciao. Ehe. Tschüssi.